Herzlich Willkommen zum Silvesterkanal. Ich habe hier wieder was aus Frankreich für euch und zwar kleine Raketen. Pfeifraketen, Knallraketen, ich weiß es nicht ganz genau. Die rote müsste eine Knallrakete sein, was draufsteht auf jeden Fall. Und die gelben sind Pfeifraketen. Die haben wir jetzt hier geschenkt bekommen bei einem kleinen Kiosk. Der hatte die irgendwie rumliegen, hat uns die noch mitgegeben, wo wir die anderen Sachen gekauft haben, die ich bis jetzt so aus Frankreich getestet habe. Und ich würde sagen, wir schauen uns die einfach mal an, testen die mal und sagen euch dann, wie die waren. Boah, die war sogar mit Knall. Der Pfeif war nicht wirklich laut, aber dafür der Knall echt ganz gut. Hat der echt durch die halbe Region geheilt sozusagen. War echt nicht schlecht. Bei der habe ich hier leider verpeilt auf den Rekordknopf zu drücken, also aufzunehmen. Aber gut, dass wir zwei von den gelben haben. So, und jetzt noch die rote. Mal schauen, wie die ist. Ich nehme an, dass die ohne Pfeif sein wird, dafür mit Knall auch. Wow. Das war richtig gut laut. Und wie ich prophezeit hatte, sozusagen ohne Pfeifaufstieg, dafür mit gutem Knall. Nicht schlecht. Gut, das war's. Lasst mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.